Link scheint ein Biss zu sein. Leute, es waren unermaßige Rappen. Und hier oben höre ich den Freilauf. Schöner Aal. Hat lange gedauert. So, moin ihr Lieben. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben Mitte Mai. Es ist wirklich schwül. Es ist, ja, sommerlich. Und es geht auf Aal. Wir haben wieder ein bisschen was vorbereitet für euch. Also bleibt dran. Und wir sehen uns wie immer nach dem Intro. So, ihr Lieben. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt. Heute geht es auf Aal. Der Zander ist noch geschont. Ja, beim letzten Mal Aalangeln. Im Tide-Bereich habe ich meinen PB geknackt hier. Ich glaube, das wird heute schwer, den zu knacken. Leute, guckt euch mal diesen Schlangler an. Also, mehr geht nicht. Unterarm dick. Alter Schwede. Wir sind nicht so die großen Ansitzangler, muss man auch fairerweise sagen. Aber wir fischen eine Montage, die uns die Möglichkeit gibt, dass wir vor den Wollhandkrabben geschont werden. Also, im letzten Video beim Aalangeln ging es um den Tide-Bereich der Elbe. Da sind wir heute auch wieder. Was man im Tide-Bereich beachten muss, sollte, um erfolgreich Aale zu fangen. Wer es noch nicht gesehen hat, wir verlinken es euch hier oben. Ja, und heute geht es mal um die Montage. Wie ist das Ganze aufgebaut? Das Ganze ist so aufgebaut, dass wir das Grundblei an einem langen Seitenarm haben. Also, wirklich lang. Und es ist beweglich, frei beweglich auf der Schnur. Und ein extrem kurzes Vorfach. Das heißt, im Umkehrschluss, das Grundblei liegt unten auf dem Boden. Wir bringen die ganze Montage auf Spannung. Und oben am Wirbel hängt unser Vorfach. Und das Vorfach hängt dann, oder der Haken mit Köder, hängt dann frei in der Luft und für die Wollhandkrabben nicht zu erreichen. Warum erzähle ich das Ganze? Wollhandkrabben können ziemlich lästig sein bei der Angelei. Also, man möchte es auf seinen Zielfisch absehen. Und jedes Mal kommen die Wollhandkrabben, beißen den Köder ab. Die hauen teilweise richtig auf die Köder rauf und nehmen Schnur, sodass man denken könnte, es wäre ein Biss. Und A, sind die Würmer schnell leer und B, wird es irgendwann lästig, weil man nicht mehr unterscheiden kann, ob es jetzt ein Fisch ist oder eine Krabbe. Dementsprechend fischen wir diese Montage total gerne. Ein weiterer Vorteil dieser Montage ist, dass man das Blei, natürlich, weil das frei beweglich auf der Schnur ist und der Fisch einfach abziehen kann, dass man das Blei so schwer wie möglich nehmen kann. Das heißt, hier im Tide-Bereich braucht man doch ein bisschen mehr Blei, ein bisschen schwereres Blei, um in der Strömung zu bleiben. Es ändert sich je nach Tiden-Stand. Und dementsprechend ist diese Montage unsere erste Wahl. Ich habe das im letzten Video schon mal versucht zu zeigen. Wir haben uns jetzt aber dazu entschlossen, das Ganze mal in Form einer Checkliste, eines E-Books, wie man das auch immer nennen mag, zu veröffentlichen. Das könnt ihr euch frei runterladen. Wir verlinken das hier in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr das zu Hause ganz in Ruhe nachbauen. Und wenn ihr auch das Problem mit den Wollhandkrabben habt, dann lege ich euch nahe, probiert es gerne mal aus. Es ist wirklich absolut eine Erleichterung. Wie gesagt, wir fischen das auf Zander und auf Aal. Nebenbei haben wir noch eine Montage mit Pose. Die ist auch noch mit in diesem E-Book aufgezeichnet. Die auch mit dem Grundblei versehen ist. Ihr könnt mit Pose angeln und die Pose treibt nicht. Das heißt, ihr könnt auch in größerer Strömung im Fluss, im Buhnbereich angeln, ohne dass eure Pose die ganze Zeit hin und her treibt. Und ihr könnt die genau da platzieren, wo ihr die Fische vermutet. Wie gesagt, das Ganze inklusive Anköderung von Köderfischen und Würmern ist mit in diesem E-Book begriffen. Und ihr könnt euch das für 0 Euro runterladen. Heute angele ich ein bisschen auf Aal. Genau, zum Tidebereich habe ich was gesagt. Zur Montage habe ich was gesagt. Jetzt zum Köder. Ich angle nur mit Wurm. Was ich aber ausprobiere, ist heute der Honig. Damit werde ich ein bisschen experimentieren. Und Lockstoffe, die man in jedem Angelfachgeschäft bekommt. Und genau, ich habe einen Wurm mit der Ködernadel aufgezogen. Und einen Wurm im klassischen Schaschlik-Style. Also viele kleine Wurmhäppchen auf den Haken gezogen. Soll alles Vor- und Nachteile haben. Ich probiere ein bisschen aus. Und jetzt würde ich sagen, warte ich erstmal, dass sich was tut. Bis jetzt war es noch ruhig. Aber ich glaube, die Angeln sind jetzt ungefähr 10 Minuten drin. Ich hoffe, dass ich noch einen Fisch präsentieren kann. Und ansonsten wird es einfach ein entspannter Abend. Zum Wetter. Es sind bummelig. 22 Grad. Es ist kurz vorm Gewitter. Weiter hinten grummelt es ein bisschen. Also bei Gewitter gehen wir natürlich nicht angeln. Sollte das Gewitter hier aufziehen, werde ich natürlich sofort einpacken und das Angeln einstellen. Also das bitte nicht. Aber wenn es so schwül ist, drückend, dann schreit es einfach nach Aal. Und ich muss es heute einfach ausprobieren. Bis zum Wetter. Oh Leute, der erste Biss. Ich muss mal gucken. Also, hier seht ihr nochmal die Montage. Auf den Schaschlikwurm kam es. Da werde ich jetzt gleich nochmal einen neuen Wurm drauf machen. Und dann geht es weiter. Bevor ich es vergesse, beim Anködern ist es mir gerade noch eingefallen. Ich würde euch noch gern was zum Honig, zum Lockstoff und zu der Anköderung erzählen. Lockstoff ist glaube ich klar. Also soll die Intensivität des Wurmes noch ein bisschen, also hat einen größeren Lockreiz, eine größere Lockwirkung. Der Honig an sich, also es ist nicht so, dass die Aale auf Honig stehen, sondern, jetzt lasst mich nicht lügen, der Bachflohkrebs steht total auf Honig, auf süße Sachen und siedelt sich sozusagen an dem Wurm an. Und der Bachflohkrebs wird vom Aal geliebt. Dementsprechend soll Honig Wunder wirken. Und bei der Anköderung, genau, einmal Schaschlik, einmal lang aufgezogen. Der Schaschlik hat den Vorteil, dass der Wurm halt in viele einzelne kleine Stücken aufgeteilt ist und dementsprechend überall offene Wunden hat, wo Duftstoffe austreten. Das heißt, deutlich intensiver. Das heißt, découvrir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, dann werde ich mir einen Futterplatz anlegen. Und ihr schreibt bitte mal in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, das funktioniert oder es funktioniert nicht. Und wenn ja, wenn ihr anfüttern würdet, wie lange würdet ihr das machen? Man kennt das vom Karpenangeln. Für mich ist es für mich so der letzte Funken Hoffnung aus dem Elbe-Lübeck-Kanal nochmal 100% rauszuholen. Also das Optimale, was man so da an Fisch noch finden kann. Und ja, wenn ich die durch meine Futterbomben nicht angelockt bekomme, dann überlegen wir weiter, dann schreiben wir das Gewässer trotzdem nicht ab. Aber wir gucken dann mal weiter, wie wir da weiter vorgehen. Ja, ob wir da noch gezielt auf Aal und Zander angeln. Da habt ihr noch was, worauf ihr euch freuen könnt. Ich werde weiter Aal angeln erstmal. So Leute, ich suche keine Ausreden. Ich habe einen Anruf bekommen. Ich müsste mal nach Hause kommen. Familie geht vor. Angeln wird abgebrochen. Es ist bei dem Brassen geblieben. So meine Lieben, wie versprochen, beim letzten Mal Aal angeln musste ich abbrechen. Heute bin ich wieder am gleichen Spot. Es ist mega warm. Ich glaube, man sieht es. Ich bin jetzt schon drei Stunden knapp hier. Die ersten zweieinhalb Stunden hat sich überhaupt nichts getan. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, okay, das wird der nächste Schneidertag. Die Tide steht jetzt aber ganz gut. Ich habe jetzt tatsächlich schon einen Aal gefangen. Ich habe jetzt schon einen Aal gefangen. Ich habe jetzt schon einen Aal gefangen. Schöner Aal. Hat lange gedauert. So, hier seht ihr ihn nochmal. Da. Gute 50 hat er. So, ich versorge ihn schnell. Wie gesagt, zweieinhalb Stunden war hier komplett gar nichts. Ich habe nicht einmal den Wurm gewechseln müssen. Der war immer dran. Kontrolliert habe ich. Ein Aal habe ich jetzt. Und jetzt geht es tatsächlich Schlag auf Schlag. Also jetzt kommt ein bisschen Frequenz rein. Deswegen werde ich jetzt fix wieder die Angeln. Ich habe die Angeln sogar rausgenommen, um diese Aufnahme hier zu machen. Ich werde die Angeln jetzt neu beködern, die Kamera wieder aufstellen. Und dann gucken wir mal, ob noch ein Aal rauskommt. Oder wie auch immer wir das machen. Mal gucken. Also bleibt gespannt. Bleibt dran. Bis gleich. Mal want inte das nur bis. Mal geardi 올�iert. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis schon course. Bis zum nächsten Mal. Diesmal hängt nichts, aber worum ist es noch okay, feuer ich gleich wieder raus. Ich wollte gerade sagen, ausgeworfen gleich der nächste Biss, allerdings ändert sich gerade die Strömung, der Wasserstand. Also wenn es gleichmäßig abzieht im Freilauf, dann ist es die Strömung, aber links scheint ein Biss zu sein. Wurm ist ab. Wir gehen jetzt an der nächsten Rüge, dann haben wir die andere fertig. Wir gehen jetzt an der nächsten Rüge. Okay, auf jeden Fall zieht es gerade hier rein. Ich bin in so einem kleinen Seitenarm wieder. Ich weiß nicht, ob ich das im ersten Teil gesagt habe. Es liegt jetzt ein bisschen an der Strömung. Deswegen habe ich ein bisschen Action an den Rücken, aber es geht auch langsam los. Und da hängt auch was. Ich weiß nicht, ob es ein kleiner Ahl ist. Die Strömung Die Strömung Leute, es waren untermaßige Ratten und hier oben höre ich den Freilauf. Ich habe den Freilauf und hier oben höre ich den Freilauf. okay mal ganz kurz unten es war ein kleiner untermaßiger rapfen den habe ich wieder direkt ins wasser gelassen jetzt habe ich da unten noch ein hänger nebenbei ging hier der freilauf ich weiß es nicht mal gucken ob man das auf der kamera sieht ich habe es glaube ich im anderen video gesagt nebenbei noch ein bisschen faulenzen auf zander wer überhaupt nicht drin also ihr seht die frequenz ist wirklich gut ja jetzt wird zeit dass noch ein fisch hängen bleibt so ihr lieben der letzte wurm ist dran ging jetzt doch relativ schnell mit den würmern also der verschleiß ist hoch die frequenz ist gut ich beende den heutigen tag ich hoffe das video oder die videos haben euch gefallen wie gesagt wir sollen wollen ein bisschen transparent sein es waren tatsächlich zwei angeltage ein alles bis jetzt rausgekommen wenn ich mit dem letzten wurm den habe ich aufgeteilt noch einen zweiten anfangen seht ihr das natürlich und ansonsten hoffe ich dass das video euch gefallen hat und wir sehen uns einfach im nächsten video bleibt nicht vergessen aber nicht vergessen und schreibt gern in die kommentare was ihr beim angeln noch so sehen möchtet